Willkommen zurück bei Busmechanik Simulator. So, die Stoßdämpfer. Oh Gott. Okay, Bauteil erforderlich. Heizgerät, Schlauch, Leitung, Schelle. Was? Was für ein Ding? Was willst du von mir? Oh Gott. Wie hieß das Ding nochmal? Heizgerät, okay. Oh je. Betriebe, Abgas. Leuchtung? Nee. Kühler, Klima. Nee. Hier? Nö. Die bauen uns so eine Schelle. Katalysator? Nee. Oh Gott, wie ist das? Hohoho. Nee, Beleuchtung nicht. Nein. Schlauchleitung, Schelle. Lässt du? So. Okay, dann müssen wir mal nach unten. Also, guck mal noch mal. Wo ist das genau? Okay. Bei dem großen Ding da hinten. Ja, toll. Das soll ich jetzt wieder finden? Schlauchleitung? Oh Gott. Wo ist denn das? Als Gerät, Schlauchleitung, Schelle. Das ist das? Hä? 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 Das ist doch schon dran. Das ist doch schon dran. Das ist witzig von mir. Hä? Okay, machen wir das raus hier. Hä? Was auch immer. Ach so, ein neues. Okay. Na, dann. Na gut. Der Gasstofffilter muss ausgetauscht werden. Das haben wir doch schon gemacht. Warum jetzt wieder? Fahrst du mich gerade? Kraftstofffilter ist doch drin. Ach so, das habe ich nicht abgekackt, oder was? Ah, okay. Die Stoßdämpfer, jetzt haben wir das. Der Fahrer hat ein defektes Release an der Hauptschalttafel gemeldet. Ah ja, okay. Dann müssen wir in den Bus rein. Dann müssen wir in den Bus rein. Warum kann ich eigentlich vorne nicht die Tür aufmachen? So. Hauptschalttafel. Okay, Sichtprüfung. Oh Gott. Ich muss hier das einzelne Ding da abtasten. 100. Eine hier, oder? Meint er das da? Ich glaube, das ist die meint er hier. Hauptschalttafel Release, oder? Ja, genau. Aha. Okay, so ein Ding da. Gut, dann gucken wir doch mal. Schauen wir mal, wo eins ist. Gott, ob wir das finden. Äh. Beleuchtung, oder was? Oh oh. Ob wir das jemals finden? Das ist die nächste Frage. Haben wir schon. Das ging schnell. Ach, ich hab wieder alles in der Hand hier. Ja, mein Gott. Ach, Mensch. Ich darf ja nichts in der Hand halten. War ja schon mal. So, jetzt aber. Plus. Und zack. Genau. Und Abdeckung. Nix mehr da was. War doch. So. Okay, das haben wir auch geschafft. Äh. Hat laute Schläge an der Mittelachse gehört. Okay. Der Mittelachse. Dann gehen wir doch mal runter. Brauchen wir mal die Tür zu. So, an der Mittelachse. Also hier, oder? Ja. Da ist was verrostet. Okay. Um dieses Bauteil zu debattieren. Ah. Oh, die Ratsche wieder. Der macht mich fällig. Dann macht ihr eins wieder so. Okay. Na dann. Na das geht ja noch. Das finde ich wieder schön. So. Wie du es so raus kannst. Ja toll. An die eine komme ich jetzt wieder nicht. Ah. Bitte nicht. Das ist da raus. Mutter raus. Schraube. Schraube. Da. Ach so. Was denn noch? Wo ist die Schraube? Oh, das ist Witzelarbeit hier. Oh Gott. Hilfe. Da wollen diese blüte Mutter kommen. Oh Gott. Ja, nimm sie. Was? Inventar ist voll. Oh Gott. Kann aber nicht wahr sein. Ha. Das gibt es doch nicht. Äh. Matrix. Weg. Weg. So. So. So, kriegen wir es jetzt erst schnell raus oder nicht? Nee, kriege ich es nicht. Oh je. Oh je. Okay, dann machen wir jetzt mal Schluss mit der Folge. Dann danke ich schon mal fürs zugucken. Es war jetzt eine kurze Folge, aber was soll's. Kann ich jetzt auch nichts machen. Okay, dann schauen wir doch mal, was in der nächsten Folge alles passiert. Hier bei Busmechanik Simulator. Bis dann. Tschüss. Tschüss.